Ich kann nicht anfangen. Ach, ich krieg gleich durch. Ist das scheiße. Kann man das wegschneiden? Soll ich einfach weitermachen? Mit meinem Gefluche? Ich nehm schon auf. Im Hintergrund könnt ihr einen Lac de Mardin sehen. Der See liegt im Osten Frankreichs und hat bei einer Gesamtwasserfläche von 1.100 Hektar eine maximale Tiefe von bis zu 14 Metern. Und jetzt habe ich meinen Text vergessen und jetzt höre ich auf. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Film Abenteuer Frankreich. Wie ihr seht, bin ich gerade auf ziemlich viel Wasser unterwegs. Ah, jetzt klotzt der Finkel da her. Kann ich noch mal anfangen.